In den Schnee von Capron, Applaus mal, die Fricks und Snow! So, Switch! Und ich glaube, es bleibt die Frisk hier, ebenfalls die nächste Combo! Achtung, jawoll! Dann schauen wir mal, David, schauen wir mal, hier die beiden! Achtung, die Kay! Dann geht's noch besser! Also die nächste Combo! Schauen wir mal, was zaubert sie hier! Und der Gerhard Meyer, was macht er? Feitshow! Und der Gerhard Meyer, Attacke, Applaus mal! Und jetzt sehen Sie die Rehöl, das war gut gefasst! Das war der Fall! So, dann schauen wir mal, eine Combo, dann den Trump Backflip! Endstapel Backflip! Und, jetzt schauen wir mal! Ah, gut, ich einig ist David hier! Und der Gerhard, vor der Attacke, jawoll! Applaus mal! Und der Gerhard Meyer, Attacke, Applaus mal! Vor Freakos noch in Gerhard, everybody! Und der Gerhard Meyer! Und der Gerhard Meyer! Applaus Also, richtig, richtig gute Geschichte! Fulminantes Superfinale! Ladies and gentlemen! Kicken Applaus! Und der Gerhard Meyer! Und der Gerhard Meyer! Und der KTM! Ja, genau! Achtung! Und der Gerhard Meyer! Und der Gerhard Meyer! Und der Gerhard Meyer! Tja, die Gerhard Meyer! Meier, der Mann in red, an seinem KTM, eine unglaubliche, unglaubliche Truppe, die Fritzkirchen und die Borders, bitte, speziell für euch, die Snowline, die Fritz und Snowing, Gerhard Meier! Danke, Leute! Danke schön an das gesamte Team. Sie haben wirklich eine perfekte Show gemacht. Join uns, drink a little bit, join in der Gastro-Lounge und der Red Bull Deck. Meine Damen und Herren, danke!